Ich lege den linken Stick, um einen Lichtstrahl zu erzeugen. Da, oh, essen, essen. Oh Mann, okay, erst mal eins. Erst mal das hier. Na klar, nach dem Fessen geht's richtig gut. Oh Mann, da drückt mich die ganze Zeit weg. Geht doch. Hä? Warum kletterst du runter? Oh, Alter. Die Steuerung. Das zweite Festchen. Ich weiß nicht, ob es noch ein drittes gibt. Ich hoffe, zwei reichen ihm erst mal. Ich weiß nicht, ob es noch eins gibt. Bin ich noch irgendwo hin? Ich kann noch mal da hochgehen. Vielleicht ist da oben noch was. Vielleicht hab ich Glück und da oben geht's noch ein Fessen. Ich glaub, zwei reichen nicht. Wollen wir hier nicht schon mal? Hier waren wir doch schon mal, oder? Das ist doch wieder genau der gleiche Ort. Ähm. Hier hat dann... Sehr gut. Oh, nochmal. Oh, geil. Cool, dass man nochmal zu diesem Ort zurückkehrt. Ähm, Fierkwerwerwerfen. Okay, ich muss erstmal runterwerfen. So, noch eins. Erstmal runtergeworfen. Muss ich wieder runterkommen erstmal. Boah, der Weg ist auch so weit. Oh, wenn jetzt ist es keiner runterrutschen. Sehr gut. Was ist los? So. Das dritte Fässchen. Guck, dir geht es gleich wieder besser. Alles wird gut. Ich rede es mir ein. Alles muss gut werden. Schnupper. Mein Fässchen. Riech dran. Leck dran. Hab es lieb. So, ein viertes noch hinterher. Noch eins. Gigo. Gigo. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Hm. Vielleicht gibt es noch mehr. Kann ich hier noch irgendwo dranschießen. Hm. Ich glaube, das bringt nichts. Da waren die Wagen. Da oben war das Holz. Da ist auch nix. Da oben. Da oben. ist noch ein Loch. Aber wie komme ich da dran? Vielleicht ist da oben, das soll. Das geht nicht. Vielleicht ist hier vorne noch irgendwo was. Ist hier draußen noch was. vielleicht. Ich weiß halt noch nicht genau, wie ich da jetzt hochkommen soll. Da haben wir zwar ein Loch reingemacht, aber es kann gut sein, dass ich da nur mit Chico selbst langkomme. Bin ich mir noch nicht ganz sicher gerade. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, hier oben lang zu gehen. Aber nicht. Hier, hier kann er ja nicht schießen. Geht ja nicht. Ist ja nicht da. Geht ja nicht, da ist ja nicht da. Gehe ich mal wieder runter. So. Und, ich weiß nicht. Mal schauen. Es liegt hier noch irgendwo was rum. Hier ist noch so ein Helm. Der mir was bringt. Glaub ich aber nicht. Da müsste hier draußen irgendwo noch einer stehen. So eine Wache stehen, der ich den Helm geben kann. Oder da drinnen irgendwo halt. Aber hier ist nirgends jemand. Vielleicht kann ich da hoch. Könnte ich mich hier an der Kette nicht festhalten? Naja, okay, gut. Schade. Wäre cool gewesen, aber da geht's wohl nicht. Okay. Ich will hier nicht streicheln. Vielleicht reichen ihm vier Festchen und ein paar Streicheleinheiten. Ich glaub nicht. Da braucht ein bisschen mehr. Sperre hab ich aber alle rausgemacht, oder? Na, ich glaub schon. Ist da drin noch was in den Teilen drin? In diesen Waggons, oder so? Nee, auch nix mehr. Noch irgendwas holzmäßiges, außer das da. Da oben. Aber ich glaub, da komm ich alleine nicht hin. Was ist mit der Tür hier? War vorher der Wagen drin. Jetzt nicht mehr. Ich geh noch mal kurz hoch. Also, was heißt kurz? Das dauert im Moment. Ja, vielleicht hab ich oben was übersehen. Kann ja nicht was sein, dass ich was übersehen hab. Ich würd's mir wünschen. So. Hier raus kann ich leider nicht. Okay. Geht leider nicht. Komm auch von hier, der da nirgends dran ist. Wär ich jetzt mal da drüben gucken gegangen. Aber das geht nicht. Vielleicht gibt's was, wenn ich denke. Bleib halt. Achso, muss ich gedrückt halten. Achso. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 so da auch nichts wo könnte ich dir noch wie lang Kann ich hier etwa lang klettern? Ich glaube wohl nicht, ne? Da kann ich nicht lang. Ich sehe hier aber auch nichts mehr, außer jetzt das da zum Beispiel. Da passiert aber nichts. Das Gefühl, dass hier drin gar nichts mehr ist. Über die Frage, wo ich denn... Och, da ist noch ein Speer. Ach, da habe ich gar nicht gesehen. Okay, geht's jetzt wieder. Ach, okay, da hat der Speer gefehlt. Verdammt. Das war aber auch schlecht zu sehen. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, da hat seiner eilig. Er weiß, wo er langen will, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Hier habe ich nichts einzuwenden. Das finde ich sehr schön. Initiative ergreifen ist was Feines. Kann ich hier auch endlich landen. Ich habe mich was da hinten dran ist. Ich habe das ja kaputt gemacht. Was ist denn da? Vielleicht auch gar nichts. Offensichtlich. Aber jetzt kann er sich festhalten. Ich habe das Schafter und... Als nächstes... Okay, wieder ein... Ah, jetzt sind wir hier. Okay, hier haben wir gekämpft. Genau, hier haben wir gekämpft. Wir müssen jetzt eigentlich wieder... Ich kann den leider nicht angreifen. Das ist das Problem. Oh doch, ich kann. Ich muss nicht nur... Hallo? Die Kamera, wohin? Bitte, Mann! Spiel doch für mich! Oha! 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 Das war krass. Das war krass. Ich muss jetzt gute Brücke. Und das hier kann ich kaputt machen. Hallo? Hä? Schieß doch, Trico, schieß. Hä? Warum... Hä? Warum nicht? Du kannst von mir jetzt auch geradeaus laufen. Ich dachte nur, dass wir da langen müssen. So, jetzt geht's. Dann geh auch hin. Okay, sehr gut. Ich glaube, ich müsste absteigen. Hier ist nix. Ach nee, nicht schon wieder. Dein Ernst? Hä? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich will hier auch nicht runter, aber... Ich will hier auch nicht runter, aber... Okay, ja, ich geh mal runter. Mal gucken, was passiert. Das war klar. War klar. Das war klar. Frage ist, was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt vielleicht zerstören. Das müsste klappen, oder? Sehr schön. Sehr schön. Endlich mal was ordentliches.